Seine erste Scheidung war teuer, die zweite Scheidung noch teurer und die dritte ruinierte ihn fast. Jetzt hat er von den Frauen genug. In dieser Situation lernt Sean Stein die Frau seines Lebens kennen. Unter merkwürdigen Umständen während eines Überfalls. Ach du meine Güte. In diesem fesselnden Augenblick bleibt es nicht aus, dass man sich näher kommt. Langsam aber stetig. Zentimeter für Zentimeter. Ich vermute doch, dass wir einige Zeit miteinander verbringen werden. Es ist daher nicht falsch, wenn wir uns vorstellen. Mag sein. Also ich bin Sean Stein. Sean Stein. Ja, wie geht es Ihnen? Ich glaube, auf das Ende schütteln sollten wir verzichten. Das können wir später nachholen. Oh, nicht umfallen. Nicht jetzt, Liebling. Mit Sally Fields und Michael Caine. Oh Gott. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, nicht bewegen. Aber ich muss atmen. Ich habe noch nie gehört, dass man damit atmen kann. Ich habe einen schrecklichen Heuschnupft. Das macht die Sache noch härter, ehe ich meine kompliziert. Wenn es richtig gefunkt hat, wenn sich die Liebe wie ein Steppenbrand ausbreitet, kann man unmöglich sagen, nicht jetzt, Liebling. Mit Steve Guttenberg und Peter Boyle. Nicht jetzt, Liebling. Eine Komödie, die buchstäblich unter die Haut geht.